Hallo, alles wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Wir haben noch drei Randspieler, das heutige. Ab dem nächsten Sonntag sind wir im Meistermarkt für den Sohn. Und am Schluss, der Saison, Zeit natürlich, eigentlich Freunde von TGC, OE, Bad Hopfburg, die ja überall war. Ich hoffe, ihr kommt zu allen Spielen. Das bringt noch ein paar Lüten, aber dann werden wir da richtigen Hügelbogen, ja, ein Hügelbogen, einiges. Selbstverständlich. Vielen Dank.